Insektizide sind Produkte, die Insekten töten, schädigen oder abwehren. Es gibt sie in vielen Formaten, darunter Sprays, Köder, Gele, Nebler, Spulen, flüssige Elektro- und Papierprodukte. Das Format ist landesabhängig. Sie wirken gegen verschiedene Insektenarten, von Kakerlaken, Bettwanzen und Fliegen bis hin zu Zecken und Stechmücken. Die Art von Produkt, die Sie zu Hause benutzen, hängt von Ihren Gewohnheiten und Ihrem Wohnumfeld ab. Wenn Sie Stechmücken bei Kontakt töten wollen, entscheiden Sie sich vielleicht für ein Sprühprodukt gegen fliegende Insekten. Flüssige Elektroprodukte sind Geräte mit einer flüssigen Mischung und einem Wirkstoff, der bei Erwärmung verdampft. In einigen Teilen der Welt gibt es schnell wirkende und benutzerfreundliche Papierprodukte, die angezündet werden, um Stechmücken in einem Raum innerhalb von Minuten zu töten. Es gibt verschiedene Produkte, um Probleme mit Stechmücken im Außenbereich anzugehen. Die Vorbehandlung eines Bereichs mit Gartensprays kann Stechmücken und andere Schädlinge fernhalten. Flüssigkonzentrate können an Gartenschläuche angebracht werden, um größere Flächen vor Stechmücken zu schützen. Manche Produkte können draußen angebracht werden an, Fenstern, Türen, Fundamenten und anderen verstecken, um Stechmücken zu töten. Egal welches Stechmückenproblem Sie angehen oder welches Produkt Sie benutzen, es ist immer sehr wichtig das Etikett zu lesen und die Gebrauchsanweisungen zu befolgen. Flüssigkonzentrate Flüssigkonzentrate